Die Sendung wurde vom NDR 2021 Ein Schwanensee. Lass dich entführen in eine Welt voll Liebe und Magie. Jetzt auf DVD und Video. Hey, Kinder! Jetzt gibt's Frosties auch als Riegel. Mit leckerem Milchbett und super knusprig. Deine Lieblings-Kell-Offs zum Mitnehmen. Ungeahnte Abenteuer erwarten Nick und seine Freunde auf ihrer Mission, den Planeten Galidor vor dem bösen Gong zu retten. Wie komme ich hier nach Galidor? Klick auf www.togo.de. Nur du kannst Nick und seinen Freunden beim Galidor-Abenteuerspiel helfen. Oder beantworte folgende Frage. Wie heißt Nicks Freundin? Gewinne eins von zehn Galidor-Sets von Lego mit einer Nick-Action-Figur und seinem TDN-Modul. Ja! Das ist echt total irre! Deine Welt von Super-RTL. Die Salinskis als normale Familie? Was? Du musst zugeben, dass du nicht der normalste Dad bist. Was willst du damit sagen? Wo Erfinder Wayne Salinski auftaucht, herrscht das totale Chaos. Keine Bange, Schatz. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Berühmte letzte Worte. Niemand ist vor diesem Mann sicher. Ich weiß, dass Salinski etwas Verrücktes. Disney's Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Heute, 13.30 Uhr. Halloween. Also gut, wer verbreitet hier mehr Schrecken als der geplante Schrecken, mit dem wir die Leute so schrecklich erschrecken wollten? Halloween, am 31. Oktober. Halloween!